Gelten für die Grundrentenzeiten auch ausländische Versicherungszeiten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal eine interessante Anfrage bekommen, und zwar zu dem Thema Grundrentenzeiten, ob auch ausländische Versicherungszeiten zu den Grundrentenzeiten mit dazugehören. Ich kann nur sagen ja, denn zum einen in dem Grundrentenreferentenentwurf zum Grundrentengesetz, gibt es keinen Ausschluss von ausländischen Versicherungszeiten. Und zum anderen haben wir ja über das europäische Recht Verordnungen, die sagen, dass zum Beispiel, wenn ich in Österreich arbeite, dass mir die österreichischen Zeiten für eine deutsche Rente als Wartezeit angerechnet werden, wenn es zum Beispiel Pflichtbeitragszeiten sind. Wir kennen diese Beispiele auch aus der Praxis, zum Beispiel, wenn wir eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte haben, Es gibt ja viele Deutsche, die arbeiten zum Beispiel in Österreich, und dann fragen die, ja, was ist denn nun mit den österreichischen Zeiten? Dann sage ich immer, ja, nach der Verordnung 883 aus 2004 gelten diese österreichischen Zeiten auch als Wartezeiten für eine deutsche Rente. Und warum sollte das nicht auch für die Grundrente gelten? Wir haben harmonisiertes europäisches Recht und deshalb dürfen die deutschen Staatsbürger, die im Ausland gearbeitet haben und dann hier in Deutschland möglicherweise Anspruch auf die Grundrente haben, sehr wohl diese Wartezeiten sich mit reinholen und anrechnen lassen. Was aber nicht geht, ist, dass diese hinter den Wartezeiten im Ausland liegenden Beitragszeiten, also die Beiträge, die dort eingezahlt worden sind, dann auf die Grundrente mit angerechnet werden. Das wird nicht passieren. Also, ja, ausländische Versicherungszeiten werden über das europäische Recht angerechnet oder wenn es ein Sozialversicherungsabkommen mit einem anderen Staat gibt, der das zulässt, der zum Beispiel außerhalb von Europa liegt, wird das auch unter Umständen mit angerechnet. Näheres zum Thema Grundrente und Grundrentenzeiten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.